Nimm ein Blatt, 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 Kau drauf, umi, 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 ja, der Beifuß ist ein Kau, umi, umi, umi. Beim Beifuß ist es einfach, schau einmal genau, das Blatt ist oben grün und unten silbergrau. Es gibt ihn wirklich oft, drum solltest du ihn kennen, du wirst ganz unverhofft, bald in ihn einirennen. Dunkel ist sein Stil, er wird ziemlich groß, gezackt sind seine Blätter, er wirkt wahrlich famos. Er wächst auf vielen Wiesen, bis an den Rand vom Wald, wenn du ihn einmal kennst, dann findest du ihn bald. Nimm dir ein Blatt, 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 Kau drauf, umi, 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 ja, der Beifuß ist ein Kau, umi, 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 ja, der Beifuß ist ein Kau, umi, umi. Nimm dir ein Blatt, 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 Kau drauf, umi, 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 ja, der Beifuß ist ein Kau, umi, umi, umi. Er ist verwandt mit Wermut, drum lass mich mal anfangen. Er hilft wirklich, Wunder, willst du dich mal entspannen? Schreit mal die Verdauung, Achtung, Krampf, Alarm! Dann kaue etwas bei Fuß, hilf Magen und dem Darm. Aufgrund der vielen Fasern lässt er sich nicht gut mixen. Kannst du ihn ganz frisch, so lässt er sich austricksen. Das hilft deinen Zähnen, das Zahnfleisch freut sich. Tiefer Muskeln stärkt dir der Beifuß vorzüglich. Nimm dir ein Blatt, Blatt, Blatt und Korn auf Ummi, Ummi, Ummi. Nimm dir ein Blatt, Blatt, Blatt und Korn auf Ummi, Ummi, Ummi. Ja, bei uns ist ein Blatt.